Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia Ducks Descent. Ich habe mir in der letzten Folge Hammer und Meißel besorgt, um das Loch größer zu machen. Ich glaube aber, ich habe hier jemanden böse gemacht. Keine Ahnung, wo der ist. Mach die Lichter aus. Habe ich nichts gegen. Ist ja hell genug hier. So. Yes. Die Bediensteten meiden ihn. Mieden ihn, dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Ein geheimnisvoller Duft von Nelken und Salbei lag in der Luft. Neu. Hm? I don't know. It's a good house. Help me. Wtf? Jaaa! Ist er sicher? Na ja, es ist für seine eigene Arbeit! Hier sind zwei von den Viechern! Leck mich fett! Leck mich fett! Leck mich fett! Was bin ich? Der war da hinten! Und da war der auf einmal... Ihr habt das gesehen! Was ist denn? Alter! Ohhhh! Der war hinten durchgelaufen! Dann gehe ich da in den Raum... Und dann sehe ich den da so... Huuuuhhhh! Hab Hunger! Fütter mich! Glas! Zunderbüchsen! Das ist eigentlich ganz gut! Und da kann ich dann so hin und dann... Nö! Du kriegst mich nicht! Du kriegst mich nicht! Licht! Licht! Du kriegst mich! Du kriegst mich! 2nd August 1839 2nd August 1839 I have arrived at the village of Altstadt It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination Castle Brennenberg It's late in the evening and the outrider who has been with the coach since Bremen advised me to wait until morning before I venture further I've arranged for a bed at Der Mühle the village is only in and I'm now waiting for the sun to rise I try to sleep but as I close my eyes I see the man who fell victim in London My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over They are dead because of me Ja Ja Kann ich irgendwie wegfallen? Nee Hallo? Hallo? Neeeeee nicht immer sag bloß es war jetzt einer der gefangenen er hat ja mit der lebensenergie von denen rumgeforscht vielleicht sind die dann deshalb so geworden schloss ist in einem ausgezeichneten zustand ich glaube ich nicht haben wir kaputt ne das andere schloss aber hier war ich ja gerade okay muss doch da irgendwo sein kleiner finger ist auf shift weil sich rennen muss muss noch weiter beschädigt werden dadurch wie krieg ich das ding kaputt hat er da in die hand genommen hat er sich nicht nach der art an er ist auch garantiert dahinter nicht mehr 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 die 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 Ge-Wenke-Wenke-Wenke-Wenke-Wenke-Wenke-Wenke. Wo kann der eigentlich her? Dahoff muss ich kurz einen trinken. Moment, sorry. Alter. Das stresst mich total. Lässt sich nicht bewegen. Das Viech muss dann hier um die Ecke sein. Wo soll es sonst hin? Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Was ist das? Ich erwarte jeden Moment, dass das scheiß Viech ankommt. Ach so. Bin ich wieder hier. Okay, ich bin jetzt im Kreis gelaufen. Da ist ein Schloss. Das geht leicht kaputt. Mit Hammer und Meißel geht es nicht. Muss ich da irgendwas gegenwerfen? Kann ich hier denn zurück? Zurück geht es nicht. Zurück geht es nicht. Moment. So. Nee, 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 nee. Ist sich nicht bewegen. Das ist in einem ausgezeichneten Zustand. Okay. 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 Der hat die Tür aufgemacht. Jetzt. Okay. Okay. Sieh, wie sich die Schatten bewegen. Also. Schauen Sie in der nächsten Folge, ob ich hinzukommen kann. Bis dahin. Ciao.